Schnellhunderschuss, sehr erfahrener. Ja, der Hundi ist ein sehr guter Spieler, spielt in beiden Zonen sehr gut, also defensiv als auch offensiv und mittlerweile auch schon ein sehr erfahrener Spieler und ja, ist immer hartgängig zu spielen. Auf Kurs am Mittelfahrer Boden. Sehr durchwachsen, wir haben sehr schlecht gestartet, aber dann sind wir als Mannschaft richtig gut zusammengewachsen und das macht uns jetzt auch so stark. Spaß, Speed und Härte. Intensiv, viel Skill und Derby. Als letztes Spiel der Saison zu gründen. Auf Mannschaftszusammenhalt und auf Details. Kraftkammer. Klangford hat ähnlich wie wir eine sehr gute Mannschaft, haben viel Skill in den Reihen und ja, wir müssen auf jeden Fall bereit sein und das wird, glaube ich, eine sehr gute, intensive Serie werden. Wer wird das ausgeglichen? Weil wir jetzt in der ersten Serie gelernt haben, auf was ankommt und als Mannschaft richtig gut zusammengewachsen sind und das werden wir genauso mitnehmen in der Halbfinalserie. Ja. Ja.